Wir sind Zeugen unserer Zeit. Zeugnisse aus jenen Tagen, Sprache mit Vergangenheit, selbsterlebtes Hinterfragen, das braucht Mut und kostet Zeit. Wo sind wir einst hergekommen? Was war unser Lebensziel? Schicksal, dankbar angenommen, wir erinnern viel zu viel. Notverordnung, Spekulanten, Gaslaternen, Straßenbahn, Bücher, ausgemerzt, verbrannten, Rassenschande, Größenwahn. Vorkriegskindheit, Hitlerjugend, Rohrstockschläge, Feind hört mit. Denunzieren galt als Tugend, rechts um Marsch im gleichen Schritt. Götzenbilder, Heldenlieder, Heil und Sieg in Ewigkeit. Hitlers Welt kehrt niemals wieder. Wir sind Zeugen jener Zeit. Bombennächte, Flagg, Sirenen, Lebensmittel, denkbar knapp. Tod den Diktatursystemen, Führerbunker, Mördergrab. Krieg verloren, Trümmerfrauen bauten Deutschland wieder auf. Hungerwinter, fast erfroren. Hamsterfahrten, Schwarzmarktkauf. Aber all die Alltagsszenen von Lena, Hänzchen, Klaus, die vergesst nicht zu erwähnen. Die machen das Leben aus. Lena sieht noch ihre Puppe, deren Kopf zerbrochen war. Hänzchen war Hjottins Schnuppe. Klaus trug viel zu langes Haar. Tabak aus dem Schrebergarten, selbst gezüchtet und geraucht. Louis Armstrong, wo gibt's Karten? Klaus für Vespa, stark gebraucht. Bügelfreie Nylonhemden. Lucky Strike, welch ein Geschenk. Buttercreme an Hänzchens Händen. Mini, Maxi, Heißgetränk. Szenen, die den Alltag zeigen. 15 Jahre, ausgewählt, festgehalten, statt zu schweigen. Wissenswertes, nacherzählt. Zeitzeugen berichten heute, wie ihr Leben damals war. Seht es und vertraut uns, Leute. Die Geschichten, sie sind wahr. Die Geschichten, sie sind wahr.